Hallo, hier ist der Martin von meinem Angriff, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 27.10.2020 und nachdem unser DAX hier frech und ein bisschen zu optimistisch, ein bisschen zu euphorisch zum Vortag unterwegs gewesen ist, oder die Vortage, gab es hier eine ordentliche Klatsche, da hat er mal tief weinen dürfen, da gab es bestimmt auch die ein oder anderen SAP-Aktionäre, die ein ähnliches Gesicht zum Morgen gemacht haben, ohne das jetzt hier ins Lächerliche ziehen zu wollen, also da fühle ich mich mit jedem mit halt, also wenn man da wochenlang Gewinne aussitzt und an einem einzigen Tag rotzeln die das alles wieder runter, ähm, das ist schon brutal gewesen, also wenn man, ja, wo fange ich denn jetzt hier an, also wir können ja mal kurz was zur SAP sagen, auch wenn ich natürlich hier keine SAP-Analyse machen darf und kann im öffentlichen Bereich, dadurch, dass es ja ein Finanzprodukt ist, was ich hier jetzt in dem Sinne nicht empfehlen kann oder beraten kann, aber ich kann Ihnen mal kurz meine persönliche Meinung dazu einfach sagen, also wenn wir auch im DAX so ein bisschen gucken, was hier heute passiert ist, ne, Corona hin oder her, ähm, das, was bei der SAP heute runtergeflatscht ist, das waren über 20%, das sind 22% gewesen, die die, die die weggeraucht hat und das ist eine Aktie, die im DAX so eine Gewichtung von gut an die 12, 13% hat. Ich habe jetzt den aktuellen Wert nicht im Kopf, lassen Sie es vielleicht 14 oder 11 auch sein, das soll egal sein, äh, das Grundprinzip dahinter ist wichtig. Wenn so ein Titel natürlich über 20% nach unten fällt auf eine Gewichtung von 11, 12, 13, 14%, irgendwas in dem Drehraum, dann sind das auch mal einfach mal knappe 320, 350 Punkte im DAX, die nur dieser eine Titel mit sich bringt. Das heißt, vom DAX von 660 bis, kann man vielleicht sagen, 300, 310 war nur die SAP diejenige, die das, die dafür gesorgt hat, dass dieser, dieser Kurssturz gekommen ist. Auch das ganze Gap hat die SAP letztendlich alleine getragen halt, ne, bis hierhin und dann hat der Rest, was da noch so ein bisschen mitgefallen ist, ähm, dann da unten reingetan. Ähm, nun kann man drüber streiten, ob die SAP zu weit gefallen ist oder nicht, oder ob das jetzt ein guter Kauf ist, ich weiß es nicht. Also, der Gesamtmarkt hat ja auch ein bisschen gewackelt, ne, man hatte auch im, im, im Dow Jones überall, hat man, ähm, im, im, im Nasdaq Verkäufe gesehen. Das muss nicht unbedingt was mit den, mit, äh, mit den SAP-Zahlen zu tun gehabt haben, aber persönlich, mal so ganz persönlich, wenn sie mich gefragt hätten, äh, was im DAX denn jetzt von Corona verschont bleiben würde, wenn dann zum Beispiel eine zweite Lockdown-Welle kommen würde, dann wären das die Tag-Titel gewesen. Dann hätte ich auch gesagt, ne, der Markt hat gezeigt uns, insbesondere in der ersten Corona-Phase, hat er uns ganz deutlich gezeigt, dass die Tag-Titel sehr, sehr, sehr gefragt sind halt, ne, und dass es auch diejenigen sind, die jetzt die Profite auf sich kanalisieren. So, und nun, der ein oder andere, der SAP vielleicht schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, dass die seit der grauen Zeit aufs Cloud-Geschäft umgestiegen sind. Man hat uns dort vor zwei Jahren versprochen, oder wann ist der Chef dort weg, der letzte, ja, ich glaube, so in dem Dreh rum, ne, hat man versprochen, dass da wieder mehr Marge kommt, ähm, man wieder probiert über das, äh, auch über das Cloud-Geschäft halt mehr auf Marge zu gehen. Ähm, natürlich wissentlich, dass man im, im Cloud-Bereich dort weniger ziehen kann, als mit dem Verkauf von super teuren und vielleicht auch weit überteuerten Einzelplatzlizenzen, ne, ne, ist es aber mit einem, mit einer Cloud-Lösung immer ein bisschen, äh, flexibler und das geht immer auf die Marge. Also, das, da hatte man schon bei SAP halt gesagt, dass das besser wird und dass man, ähm, dort auf die, auf die, ähm, auf die Margen eben gehen wird und dass das wieder besser zur Profitabilität führen wird. Und auf einmal sagt man so, wir müssen nächstes Jahr und übernächstes Jahr wahrscheinlich noch viel investieren wegen Corona. Und das wird natürlich Umsatz, also grundsätzlich wird es den Umsatz drücken, wir werden Investitionen haben und das wird sich alles auswirken. Ah, das ist halt sowas, das, ah, das wollte man einfach nicht hören und deswegen kann ich verstehen, dass es die so ab, weggeprügelt hat halt, auch mit diesem krassen Gap halt, ne. Weil ich muss ganz ehrlich auch sagen, also die SAP wäre für mich jetzt auch ein Wert gewesen, wo ich wirklich erwartet hätte, dass die sich hinstehen und sagten, geil, wir freuen uns darüber, dass es die Leute alle in unsere neue Cloud-Lösung drückt, weil wir ja dort mehr Profitabilität jetzt hinbekommen können. Nee, die stellen sich jetzt hin und sagen, sie müssen da investieren und das ist, die Nachfrage ist so hoch und, boah, das, das wollte einfach keiner hören. Und dann ist es halt auch so die Sache, wenn Unternehmen einen neuen Weg einschlagen, deutsche Unternehmen einen neuen Weg einschlagen, ähm, hier eben das Cloud-Geschäft in der SAP, was ja in die, was ja auch eigentlich gut angelaufen ist. Und dann plötzlich Investitionen höher werden, oh, da denkt man schnell an brasilianische Stahlwerke, da denkt man schnell an Aufkäufe von Monsanto, das hat alles so, boah, das ist, da passt halt, das ist, ma, ne komische Mischung gewesen einfach. Deswegen kann ich gut verstehen, dass das SAP so runtergelegt hat. Ich vertrete schon immer ein bisschen diese Grundtheorie im DAX mit den, mit den Schwergewichten, die Nummer 1 im DAX in den Schwergewichten, die ereilt immer was, gucken Sie sich die Historie einfach mal an, wer immer im DAX Schwergewicht war und durch was die abgewechselt wurden. Da können Sie durchgucken, es ist wie verhext, sei das eine VW, die nach Übernahmeschlacht mal sogar an E.ON, ich glaube, wir hatten sogar E.ON mal als Nummer 1 Schwergewicht im DAX, dann kam diese ganze Atomquatsch weg, Mist da, gut oder schlecht, mach völlig dahin. Auf jeden Fall hat es dem Unternehmen nicht gut getan, hat es zerlegt danach. Dann war VW, hat sich, äh, rehabilitiert bekommen, äh, wieder der Leader gewesen, dann ging dieses Skandal los. So, dann wurde SAP abgelöst von Bayer. Dann war die Bayer ganz lange die Nummer 1 im DAX. Dann wurde die Bayer mit Monsanto, hat sich auch deutlich, deutlich übernommen, Scheiße ins Boot gezogen, wenn man so will. Ähm, deutlich unattraktivier geworden als Wert für viele Anleger. Ich finde aktuell durchaus wieder interessante Niveaus dort. Ne, und dann hat die SAP die führende Rolle im DAX eingenommen und nun gucken wir, was die jetzt wieder abkriegt halt, ne. Die anderen da auch nicht unbedingt gerade, haja, das sind nicht die Goldperlen, die ihr ins Gesicht fliegen. Die wollen wir mal ein bisschen beobachten, aber da ist natürlich nun auch, äh, wird es mich nicht wundern, wenn in den Rückläufen Anleger dort jetzt auch Gewinne mitnehmen und dass ich doch ein paar Monate jetzt auch dort auf den Kurs eben entsprechend auswirken kann. Aber, wie gesagt, wir wollen keine Analyse zu den Einzelwerten machen, es ist einfach so, das sind Finanzprodukte, kann ich, kann ich hier jetzt nicht zu sagen, ohne dass ich ihnen hier elendische Risk Disclaimer vortragen muss, ohne dass ich das alles dokumentieren muss und schreiben muss und Kursziele und boah, ne, da habe ich gar keine Lust zu. Also, dann mach mal einen DAX, der DAX ist kein Finanzprodukt, da darf ich zu sagen, was ich möchte, auch ohne irgendwelche komischen Einblender und von daher ist es alles gut. Gut, okay, kommen wir zu dem Punkt. Wir haben, schon fast lächerlich eigentlich, habe ich mich ein bisschen zum Ei gemacht, ne, wenn man das so will, ähm, habe ich sie gestern versucht, darauf vorzubereiten, was denn ist, wenn der DAX weiter steigt, einfach weil ich gemerkt habe, dass viele Leute hier Corona überwichten, ähm, zu sehr auf diese Lockdown-Thematik anspringen und wegen dem Lockdown einfach aggressiv shorten, ne, das habe ich, das war für mich im Auge, sah das aus, wie als tun sich hier viele ein bisschen ein Ei legen, weil, wenn der Markt weiter gestiegen wäre, hätten die aggressiv halt gegengehalten und nur verloren. Jetzt kam die SAP hier ein bisschen, äh, zu Gute, hat diejenigen auf jeden Fall alle gerettet, da muss man sich jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen. Jetzt wird es eben interessant für diejenigen, die ja alle long dagegen gefeuert haben, das dürften erfahrungsmäßig auch wieder recht viele gewesen sein, äh, das ist ein langer Tag nach unten, da verliert jeder irgendwann die Nerven und knallt dagegen, zumindest die, die sich nicht richtig in den Griff bekommen. Also, vom Bewegungsverhalten her, finde ich, hat er das sehr schön gemacht, ähm, wir haben ja drüber gesprochen, wenn der DAX, der muss unter die 600 und er muss unter die 500 und wir haben gesagt, wenn er hier von oben runterkommt, wird er hier rumeiern. Dann, perfekt, hat er gleich weggelassen, ist einfach per Gap drunter eröffnet, also, da hat er sich viel Mühe gegeben, das hat er schön gemacht und dann nach unten durchgezogen. So, durchgezogen auf den nächsten Trigger, nächsten Trigger umgelegt, der war hier im Bereich um 330, 340, dort ein bisschen rumgehackelt und dann hat man schon gemerkt, naja, der kippt langsam wieder nach hinten ab. So, dann waren von dort die nächsten Ziele erreichbar bei 12, 220 und hier unten der 200-Tage-Linie, auch die haben wir die letzten Tage immer wieder angesprochen bei 12, 95, 13, äh, 12, 1, 10. Wunderschön gepasst, aufgegangen, unten alle Ziele erreicht, haben dann auch sogar bei uns im Dienst sogar nochmal mehr rumgeschickt, hier so nach dem Motto, der sieht jetzt hier recht fertig aus, ähm, sollte man sich jetzt noch eine Gegenbewegung Richtung 1, 75 und sogar 2, 60, 2, 70 einstellen. So, 2, 60, 2, 70 ist dann jetzt hier auch mein Stichwort für den Dienstag, können wir mir vorstellen, dass wir dort eröffnen, ein kleines Aufwärtsgap reinbringen, mag der eine oder andere jetzt verwundert gucken, aber das macht der DAX ganz gerne so, wenn er den Montag völlig überrumpelt hat, weil er einfach schon am Abend immer ein bisschen hochdreht und da sind viele noch short, haben den Ausstieg verpennt, ähm, haben vielleicht sogar nochmal short nachgekauft, ganz typisch, ganz üblich, machen viele gerne am Montag, weil sie sich nicht merken, dass der immer am Abend immer gerne nochmal hochkommt, so 20 Uhr, beziehungsweise, wir haben ja jetzt US-Winterzeit noch ein bisschen versetzt, haben dadurch 19 Uhr, das hat auch ganz gut gepasst, von dort hat er halt wieder hochgezogen, eine kleine Erholung gezogen, ähm, da wäre jetzt üblich, dass er einfach jetzt nochmal ein kleines Aufwärtsgap bringt, das kann durchaus in den Bereich um 2, 70, 2, 60 rumgehen und von dort würde ich dann erstmal denken, dass unser DAX nochmal auf ein neues Tief fällt, ne, oder zumindest einen Doppelboden versucht zu bauen und sich von dort dann wieder nach oben hochreaktivieren kann, das kann eine 12.50 werden, das kann auch mal kurz unter die 12.000 werden und deswegen müssen wir gleich noch was anderes sagen, nämlich die Scheine, die Scheine, die wir die letzten Tage immer drin hatten, ähm, sie sollen die ja nämlich nicht nehmen für Abwärtsbewegungen, auch wenn die meisten das immer gerne andersrum nutzen, weil sie einfach viel lieber gegen den Trend handeln, als mit dem Trend, das werde ich auch nie geheilt kriegen, das ist einfach eine, das ist einfach eine, ein Instinkt, den sie mit drin haben und entweder sie lernen irgendwann dagegen anzukämpfen oder nicht, mit den Videos alleine kriege ich das nicht geheilt, ähm, dessen bin ich mir bewusst, ich probiere es trotzdem immer wieder, um dem einen oder anderen bewusst zu machen, also ich würde mit dem Long, würde ich runtergehen auf, ähm, also für, für Aufwärtsstrecken, ne, ähm, der wäre jetzt hier unten nicht mehr ganz safe, wenn man da jetzt was probieren will, ich meine, wenn man zum, zum, zum Dienstagvormittag agiert und noch auf den grünen Kerzen und dann auch rausgeht, wenn rote Kerzen kommen, kann man nochmal mit dem Schein von gestern arbeiten, den finden Sie ja auch in den Kommentaren von gestern, ähm, ansonsten würde ich jetzt für alles weitere eher mehr ein Stück tiefer greifen, warum greifen wir hier tiefer und so deutlich tiefer, ich greife mit Absicht unter die 11.500, Sie sehen das hier selber, wir haben hier unten auf der 11.530, auf der 11.60, 11.70 das Keilziel, das Keilbruchziel aus dieser Verkeilung, die wir hier oben hatten, da haben wir ja auch eine Weile mal drüber gesprochen, bis es dann leicht unattraktiv wurde, jetzt sehen Sie schon, ah, jetzt habe ich Ihnen was hier eingemalt, das, ah, naja, Sie dürfen es mit sehen, eigentlich nicht für alle gedacht gewesen, naja, aber ich, ähm, wir haben immer mal ein kleines Leck hier von Informationen, die ich nicht unbedingt auf dem Weg des kostenlosen Videos da eben mitgeben will, aber Sie haben es gesehen, der DAX hat zwei gleich lange Abwehrswellen beendet, ähm, jetzt hätten wir halt, ich hätte es halt für morgen gerne jetzt, deswegen hatte ich hier schon eingezeichnet, hätte es halt für morgen gerne für mein, für mein Morgenmail dann an die Jungs und Mädels, die bei uns die, die Mails mitkriegen genommen, das sieht nämlich fertig aus, das heißt, ähm, wenn er da morgen früh bestimmte Setups macht und bestimmte sind, ach, wir gucken gleich in zwei Stunden Chart drauf, das macht hier noch nicht viel Sinn, dann darf man sich auch mal ein bisschen wieder long orientieren, ähm, muss aber ein bisschen was passen, jetzt bin ich aber abgestorben, ich wollte erst mal, wir kommen damit gleich zu, ich erzähle Ihnen das auch, kriegen nicht nur die E-Mail, die kriegen es ein bisschen ausführlicher und ein bisschen besser durchgekaut und vorgekaut und morgen früh auch nochmal, ähm, sie bekommen sie aber trotzdem erzählt, ähm, ich wollte jetzt bloß sagen, warum hier unten, ähm, warum hier unten, weil, äh, hier oben einfach nochmal so eine Unterstützung ist und, ähm, deswegen macht es in meinen Augen keinen Sinn, jetzt auf eine 11.8, 11.7, 11, keine Ahnung, 6.90 umzuschwitchen mit einem K.O. Schein, also wenn, dann müssten wir unter dem Block hier drunter, unter das Keilziel drunter, unter diese Unterstützung hier und ich würde deswegen einfach hier so knapp in den Bereich kaufen, man könnte auch noch tiefer gehen, aber das ist dann wieder so ein Punkt, wenn man dann hier ist, müsste man eigentlich sogar unter 11.000 dann gehen mit dem nächsten und deswegen würde ich das so in zwei Steps machen, einmal den hierher und wenn man da unten ist, nochmal hier, weil der, der ist ja auch nicht da, dass die das bis da unten aushalten sollen, ne, ich weiß, dass es viele halt einfach verbotenerweise immer so machen, auch wenn ich es nicht so will, ähm, das ist kein Schein, den man echt die Strecken runterhalten sollte, es ist ein Schein, mit dem man agieren darf, wenn der Markt schön auftritt, die Aufwärtsstrecken begleitet, ne, um dann auch den Stop-Loss eben unter die Tiefs zu legen und auf der anderen Seite ziehen wir auch den K.O. für die Abwärtsstrecken runter, ich würde auf den einfach ausweichen, ähm, das liegt, der liegt dann quasi hier über dem Hoch, ne, Sie sehen das über dieser Spitze hier und wenn der Dax dieses hoch überwinden würde, würde er die Hochtieffolge wechseln, sprich dann würde ein Aufwärtstrend übergehen und dann würde auch der 13.200er im Angriff stehen, von daher können wir auch hier runterziehen, weil wenn es den ausstoppt, dann wird es wahrscheinlich auch den 13.200 zwei Tage später ausstoppen, ne, es ist eh bald US-Wahl, da sollte man ein bisschen aufpassen, das Pulver trocken zu halten, das, das, ähm, ich denke, das haben die alle auf dem Schirm, ne, also 3.11., das sollte niemanden überraschen, da ist US-Wahl, letztes Jahr ging es munter hoch und runter, ne, das ist immer aus einer ähnlichen Situation, ähm, vergleichbar jetzt hier nochmal gut 700 Punkte losgerannt, 800 Punkte bis zum eigentlichen Wahltag und dann in der Nacht zum Mittwoch, also in der Wahlnacht hat es den Dax damals, 2016 bei der letzten Wahl von Trump, gut 600 Punkte bewegt, nur in einer Nacht, in wenigen Stunden, ja, und dann sind wir mit einem 500-Punkte-Abwärts-Gab reingekommen und haben das komplett wieder nach oben ausgekontert und sind deutlich höher aus dem Handel rausgegangen, also 800 Punkte höher halt, ne, der Dax hat unheimlich weit hochgezogen vor der Wahl, dann 500 Punkte nach unten gegabt, 600 Punkte in der Spanne von hoch bis tief gemacht damals und dann 800 Punkte nach oben durchgezogen, also da ist ja auch Spaß drin, und momentan haben wir viel mehr Volatilität als 2016, durch Corona eben, da können sie davon ausgehen, dass hier vielleicht sogar Gaps um 1000 Punkte spruchreif wären, wirklich, das ist kein Spaß, das ist auch, ich meine das wirklich ernst, man muss sich darauf einstellen, dass wir Gaps haben, die durchaus 750 bis 1000 Punkte einnehmen können, das ist einfach an der Volatilität geschuldet, die so hoch ist, wenn da jetzt noch so ein super Event drauf kommt, können sie davon ausgehen, dass es den Kerl um gut 750 bis 1000 Punkte versetzen kann, das wäre nicht ungewöhnlich, ja, also da muss man sich jetzt schon drauf vorbereiten und auch jetzt schon anfangen, ein bisschen seine Position da drauf vorzubereiten, das ist nicht mehr lange, das sind noch sieben Handelstage und dann knallt es richtig, wenn es denn knallt, ne, also nimmst das ein bisschen mit, so, also wir sehen aber auch im Tagesschart haben wir einen Trigger jetzt unten erreicht, ich denke, die Scheine haben sie, die sind nachvollziehbar, sie können jetzt ein bisschen verstehen, warum habe ich das wie angepasst, warum ziehe ich den natürlich auch runter, damit man, wenn man jetzt hier nochmal Short mitgehen kann, auch entsprechend Pfeffer hat, denn sie sehen ja, hier liegt der Short Trigger, sollte der Tagesschart nämlich jetzt weiter rote Kerzen werfen und der DAX zum Dienstag auch weiter unten rausfallen, Tagesschlusskurse hier unter 12.000 Stellen und so weiter, dann aktiviert er sich durchaus schon Ziele bei 12.500, das ist auch erreichbar bis zur Wahl, das ist schnell drin, ne, der muss ja nicht nach oben, der kann ja auch nach unten, da ist sehr, sehr wichtig, wie er sich jetzt hier verhält und legt sich der DAX hier drunter unter die 12.000 per Tagesschluss, dann ist es nicht, wäre es nicht ungewöhnlich, wenn er dann noch einen Gap an die 11.800 macht und dann steht er ganz schnell an 11.500. Ja, also hier muss man jetzt schon aufpassen, das ist für mich, ist das jetzt hier am Bereich der 200-Tage-Linie, ähm, ist es ein Punkt, wo der DAX die nächsten 500 bis, ich sag mal, 1.500 Punkte festlegen kann, ob die hoch oder runter gehen, ne, ist ganz klar, aber das ist ein wichtiges Ziel, was wir auch erreicht haben, das heißt, äh, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, jetzt kann ich es auch wieder reinmalen, hier, haben wir eh alles schon gesehen hier, ne, es ist auch ein Punkt, wo wir sagen können, er hat jetzt hier halt auch ein mögliches Turmus geändert, hat dann zwei gleich lange Abwärtswellen nach unten fertig gemacht und das sehr genau, sehr exakt auch, ne, typische ABC-Bewegung, hier sehen Sie, wie dreiwellig das nach unten ging, hoch, Abschlussmuster, wird reichen, dann jetzt wieder hoch, das Spiel mit dem Channel kennen Sie von mir, langsam wieder hoch, oben an die obere Kante ran, einmal kurz nach unten zucken und raus, wäre dann theoretisch auch Wahlprogramm, ne, für die Wahl, sprich geht er jetzt hier oben hoch, können ja mal ein paar Pfeile mit reinmalen, das wäre dann so für die US-Wahl, durchaus legitim, oder er geht halt unten raus, halt, ne, aber so in die Richtung, und dann raus, wäre jetzt nicht unüblich, ja, können wir hier mal mit reinnehmen, dann nehme ich aber den Channel raus, das möchte ich wirklich hier nicht so drin lassen im Bild, der gehört mir woanders hin, so, damit haben wir den Tagesschau beendet, das können wir mit reinnehmen, also deswegen würde ich einfach sagen, 12.000, ob ich ein K.O. habe mit 13.200 oder mit Ionen, das macht's dann auch nicht mehr, wenn er nach oben sich auskann, dann rennt er wahrscheinlich ein ganzes Stückchen durch, einfach aus dem Grund, weil hier möglicherweise eine Korrektur beendet wurde. So, jetzt sind wir beim Dienstag, der Dienstag setzt ganz gerne nochmal einen Tiefen unter den Mund, ach, haben wir ja schon gezeichnet, genau, schön, hat er gut gemacht, Martin, so, dann hätten wir das, oberhalb, Rücklaufbereich, darüber wäre dann die 4.50, an der 4.50 darf man eine Reaktion erwarten, macht der DAX auch ganz gerne, warum ist dann halt die Gap-Kanne, gehen alle von Gap-Close aus, handeln dort long, was macht der DAX, läuft das mal wieder zurück. Ist halt einfach ein Mist für jedem, ne, können sie, können sie von halten, was sie wollen, können sie sich hinstellen und können sie sagen, ach, den kann man ja gar nicht handeln, der ist ja so furchtbar, oder sie versuchen das System dahinter zu erkennen, denn er macht das mit System, stoppt auch die Leute mit System aus, hat sehr typische Verhaltensweisen unser DAX, das ist schon, man kann ihn schon ein bisschen liebhaben, ne, man muss sich bloß auf ihn einlassen, man muss versuchen zu verstehen, was er macht, das ist ja letztendlich er ist doch ein armes Lebewesen, der muss doch einfach nur leben, der ernährt sich von Geld, ja, also geläuftet dahin, wo das Geld ist und wenn sie sich dann ein bisschen hineinversetzen, wo dann die ganzen Leute das Gehirn ausschalten, Gier anmachen und nur Blödsinn traden, dann können sie auch ein bisschen erahnen, wohin die Reise gehen kann, ja, um das mal ganz einfach so zu sagen, wie es jeder ist, auch wenn der eine oder andere da vielleicht jetzt schmunzeln muss, weil er sich dabei ertappt fühlt oder sich vielleicht sogar angesprochen fühlt. Gut, Freunde, das soweit meine Kerngedanken jetzt hierzu erstmal, das heißt zum Dienstag neue Tiefs, definitiv noch einplanen, wir haben eine massiv rote Tageskerze, wenn da nochmal Nachwählen kommen, wäre das nicht unüblich, Aufwärtsgap nicht verunsichern lassen, wenn eins kommt, auch wenn es ein bisschen höher wird, wenn es eine 300, wenn es eine 370 wird, dann ist es so, dennoch hätte der DAX dann eher Chance, nochmal ein bisschen zurückzurudern und nochmal zu probieren, unter das Tief zu gehen, sollte er bis Nachmittag das Tief nicht überwinden und nur mal so kurz nach unten stechen, kann das aber fertig sein hier. Ja, also es ist ganz wichtig, wie der Dienstagnachmittag verläuft, sehen wir zum Dienstagnachmittag nochmal schwächer, geht er unten richtig weg, geht er uns wahrscheinlich zum Mittwoch sogar nochmal ein bisschen auf den Keks und versucht uns zu stänkern und wenn er nur zum Vormittag relativ kurz einen Prozess macht, vielleicht einen Doppelboten hier hinbaut oder einmal kurz drunter setzt und dann anzieht, geben sie einen Platz für Erholung. Also 4,50 darf sie nicht überraschen und über 4,50 hat er eh Platz. Über 4,50 können wir fast noch einen Long Trigger mitgeben, aber man würde es jetzt mal weglassen, jedoch über 4,50 können wir einen Long Trigger mitgeben, aber der geht dann hoch bis, ja, bis wohin? 5,10, 600 eigentlich, also auf jeden Fall, sogar Gap Close denkbar dann. Ist das zu viel? Das sind wieder zu viele Pfeile, dann machen sich bestimmt wieder welche lustig über meine Pfeile, aber wir haben schöne griffige Marken, warum sollen wir sie nicht nutzen halt? Also das hat man nun auch nicht immer, von daher, wir nehmen das jetzt so, nee, ich lasse das so stehen, das sind die Bereiche, die ich auch beachten würde, da lasse ich mich auch gerne mal kurz auslachen, aber das sind die Bereiche, wo ich denke, dass man da gut ein paar Punkte holen kann, deswegen möchte ich das so drin lassen. Also einmal der Bereich um 2,40, 2,60, die 3,35, also entweder wird es früh die 2,70 oder es war die 3,35, eine von beiden Marken wird es werden, an der er sich das Gap, also er wird so ein Gap hochstellen, denke ich, vermute ich, wäre zumindest üblich, ne, und dann die 3, die 2,70 oder die 3,30 oder wenn er eben früh kein Gap hochbringt und hier kurz runtersticht und sich dann erholt, dann sind das schöne Zielzonen halt, ne, so die 3,35, 2,70, 2,60, das sind so Punkte, die er bestimmt anstößt. Gut, jetzt habe ich ewig ins Video geblabbert, wir haben bestimmt so ein langes Video wie noch nie, äh, wie schon lange, nicht mehr, 23 Minuten, aber ich denke, es sind viele wichtige Punkte dabei, wir haben Tagesschart besprochen, wir haben, wir haben schon mal ein bisschen die Wahl angesprochen, wir haben, äh, hier die wichtigen Eckpunkte besprochen und, ähm, ich finde das sehr schön, wie der Markt, ähm, liegt, ich hoffe, sie kommen hier ein bisschen zurecht, wenn nicht, nehmen sie halt einfach ein bisschen Fahrt raus, reduzieren sie Positionsgrößen, setzen sie sich nicht dem Risiko so hoch aus und ja, dann schauen wir mal, wie er reinkommt, also, ich finde, es ist super gelaufen, also hat mir gut gefallen, hat mir gut gefallen zum Montag, wenn auch gewiss, er bestimmt dem einen oder anderen richtig die Fresse poliert hat, ne, also ich selber, wir hatten auch im Premium-Dienst hier, ne, bei 37, eine Short-Order drin stehen für derartiges Szenario, ja, dumm gelaufen, hat er uns nicht mitgenommen, äh, hat er nicht ausgenommen, ähm, aber ich bin ihm deswegen nicht böse, ich finde, er hat das trotzdem schön gemacht, halt, ne, also das, ähm, auch der Rücklauf hier oben, das ist eigentlich, das ist schon okay, mich hätte es aber auch nicht gewundert, so wie die Leute drauf gewesen sind, dass der hochzieht, aber hätte die SAP nicht nach unten weggerotzt, dann bin ich mir fast relativ sicher, dass der, die SAP gute Zahlen geliefert oder den Ausblick nicht gesenkt, ich könnte mir gut vorstellen, dass der hier an die 12800 geschossen wäre, technisch hätte das einmal frei gepasst, technisch passt das auch gut, dadurch, dass wir die 600 gebrochen haben und die 500 dann auch, aber es ist ein stimmiges Bild, wir gucken mal, wie das jetzt weitergeht, Tagesschart 200-Tage-Linie aufgesetzt, ABC fertig, ne, es ist schon eine interessante Stelle, da denke ich, kann ich mich schon aus dem Fenster lehnen und kann sagen, von hier gehen bestimmt oben oder unten die nächsten, ah, bestimmt gut 1000, also 500 bis 1500 Punkte darf man schon von hier weg interpretieren und die Entscheidung, wohin wird der DAX mit den nächsten Tagesschusskatzen setzen, definitiv, ja, alles klar, ich mache zu, viel Erfolg, gutes Klingen, wir hören uns morgen wieder, ciao.